Hallo, hallo, hallo! Alex hier heute mit SmackDown vom 6. Mai in zwei Minuten. Let's go! Eigentlich sollte Aliyah für die herausragende Leistung nicht innerhalb von 1.41i Quick zu rufen mit einem weiteren Match gegen Charlotte belohnt werden, allerdings hat die erstmal noch das Bedürfnis Long Island zu beleidigen, um Aliyah direkt zu attackieren. Das kommt dann wie gerufen für Ronda Rousey, die eigentlich nicht bis Sonntag warten will, um ihre Gegnerin nochmal zu hauen. Zum Glück ist aber unter anderem Jamie Noble zur Stelle und die beiden Streithähne können getrennt werden. Da Naomi nach den Ereignissen der letzten Woche mit einem Mumienarm rumlaufen muss, ist es an Sasha Banks, sich Shayna Baszler für das obligatorische Pre-Pay-Per-View-Singles-Match zu stellen. Das Ergebnis dessen ist mit einem durch Natalya unterstützten Roll-Up eher sekundär, vor allem da sich Naomi und Sasha aus der folgenden Attacke befreien können und letztlich die Oberhand behalten. Drew Wulek schließt seine Rundreise durch die Rollen mit einer Rückkehr in den Ring ab. Zu seinem Unglück muss er sich dabei Gunther stellen, der mit ein paar Jobs und einer Powerbomb kurzen Prozess mit ihm macht. Das Gegenteil von einem kurzen Prozess ist dagegen das kurzfristig anberaumte Tables-Match zwischen New Day und Sheamus und Rich Holland, in dem das erste, das bricht, kein Tisch, sondern eine der Ringbanden ist. Als Kofi und Xavier langsam die Kontrolle übernehmen, ist dann wieder da, wendet das Blatt und sorgt dafür, dass Xavier auf einen Kurztrip durch 8mm Pressspan geschickt wird. Sami Zayn will sich weiter als Handlanger für Roman Reigns verdingen und handelt sich damit ein Match gegen Shinsuke Nakamura ein, der wiederum weiterhin den Champion im Visier hat. Jetzt könnte man natürlich hoffen, dass die beiden genug Zeit bekommen, um ein Match zu liefern, das an ihren NXT-Klassiker aus 2016 erinnert, aber… Da wir die ganze Show ja mit allen Hype-Packages füllen müssen, bleiben für das Match letztlich nur grob zehn Minuten, die Sami nutzt, um sich mit einem Helluva-Kick den Countout-Sieg zu sichern. Nachdem McIntyre und RK-Bro in fünf endlos langen Minuten alles Mögliche anerkennen, verschont uns der Familien-Oberhauptvogel gnädigerweise und sucht anstelle einer weiteren Promo die direkte Konfrontation. Nach ein paar Fäusten sitzt schnell der erste Superman-Punch, allerdings kommen die Faces nochmal zurück, schicken Roman mit einem Claymore auf die Bretter und wir beenden die Show mit dem Bild, wie der Champion flieht, ihr Lachen. Und das war SmackDown in zwei Minuten. Tja, typische Go-Home-Show mit einem etwas random dazwischengeworfenen Tables-Match würde ich mal sagen. Die Brawls zu Beginn und am Ende haben ihren Zweck ganz gut erfüllt und der Show einen passablen Rahmen, gegeben, allerdings jetzt auch nicht dafür gesorgt, dass mich Rwanda gegen Charlotte wirklich abholt oder das Six-Man-Tag-Match an Relevanz gewinnt. Lacey Evans hat in ihrer finalen Comeback-Promo den SmackDown-Titel als ihr nächstes Ziel ausgelobt und sich dann auch noch etwas Applaus abholen dürfen und Madcap Moss durfte sich noch über Baron Corbin lustig machen. Ihr seht also, in Verbindung mit all den Replay- und Hype-Packages war da wirklich nicht viel Platz für mehr Action. Und damit bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit, lasst uns in den Kommentaren wissen, wie es um euer Hype-Level für Backlash bestellt ist, lasst außerdem ein Like und ein Abo da, wenn es euch hier gefallen hat und seid nett zueinander, später kommt dann auch die volle Review, schaut auch da gerne mal rein und dann hören wir uns am Montag wieder zu Backlash, bis dahin, macht's gut!